Unsere Katalog Nummer 1 50-50 Dieser Fuchs war lach geboren im Jahr 2020, er ist 1,69 Meter im Stockmaß gemessen. Dieser höchst sympathische Blue Horse 50 Cent Sohn eröffnet die Ferdner Auktion im Januar 2024. 50-50 besitzt hochinteressante Kapazität in den Grundgangarten und entwickelt sich prächtig. Aus seiner Mutterstamm sind die S3 Sterne erfolgreichen Dressurpferde Sterling von Stedinger unter Johan Wessner und Barocco von Bellissimo mit Charlotte Lüthner. Basic Gates und ist developing magnificently.